Heute ist ja der 15. November 2019 und da muss man sagen, wenn Sie auch hoch hinaus wollen, dann wäre natürlich so ein Gewinn bei der Umweltlotterie eine wirklich feine Sache, oder? Wenn Sie jetzt einen Spielschein parat haben, dann sehen Sie darauf eine Los-ID, quasi die Gewinnnummer. Und wenn es die ist, dann haben Sie gewonnen. 34488, die Los-ID des Hauptgewinners oder der Hauptgewinnerin. 34488, das brauchen wir schon mal, herzlichen Glückwunsch. Alle anderen wollen wissen, welche Postleitzahl steht genau auf diesem Gewinnerspielschein. Das ist eine Lahn-Dill-Kreis-Postleitzahl. Alle, die ebenfalls eine Lahn-Dill-Kreis-Postleitzahl haben, haben auf jeden Fall gewonnen. Darüber hinaus gibt es viele andere Gewinner. Und hier sind die Quoten. Der Hauptgewinn, das sind heute 11.402 Euro. Darüber hinaus gibt es einmal 2.500 Euro, 6 mal 500 Euro, 61 mal 50 Euro. 285 mal 10 Euro und 1.140 mal 5 Euro. Und natürlich gibt es Geld für Umweltprojekte. Und die Gewinner der vergangenen Wochen haben sich dafür entschieden. Für Nahrungsteiche, für den Fischotter, ein Projekt des NABU Main-Kinzig. 5.000 Euro gibt es dafür. Herzlichen Glückwunsch. 10.4 Mal 5.000 Euro.